Ich habe diesmal nicht so viel wie vorher Ja wegen dem Eincharger der hoch kam Ja hab ich ja richtig Pinned auf den Tank 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 Der ging auf meine Kosten Ja bei der Witsch war ich diesmal nicht dabei Diesmal ist auch glaube ich nick gelockt Was haben wir denn hier noch? Das? Ja ich nehme mal den Ich wechsle noch mal gerne die Waffen Ja ich habe dazu Maschinen genommen Nein Wer hätte jetzt nicht geheilt Wer hätte jetzt selbst geheilt Er hat aber zwei Packs genommen Was für ein Ego ist Naja lass ich noch Warte mal Ja ich warte ruhig Ach da wirst du Stammst du noch vor mir Ja warte ich trinke im Schluck Ja Okay kann schon Einfach mal wieder zu machen Sag wenn du bereit bist Solange ich spiele mit der Tür rum Warte ich nicht Danke dass man mich von hinten abschießt Boah ey Die Moschelle wischen wieder Ja Ja War eigentlich Ja das war klar Ja das war klar Kaum gehst du in Liebelstunnel Ja da kommt der Char Char Der will mit uns knuddeln Das kommen die ganzen Gegner Ja 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 Und du renn mir nicht mehr in B Weil sonst schieß ich echt auf dich Ja auf mich ist das ja noch was anderes So müssen wir entlang Links oder rechts runter Wollte ich nicht Ja Und da Down Also hier geht's nicht lang Nein Dann geht's hier lang Da wo du lang Ja Ja lad du mir nach Ach Rochelle du nervst sowieso Irgendwo was Ne ich guck gerade Hallo Man weiß ja nie ob was dahinter ist Ne das stimmt Ich dachte der hat gerade da hingepinkelt In dem Wasser Was denn Ich hab das ja offen gebrochen Warte ich komme hinterher Mach Licht hast du Licht aus Warte Jetzt hab ich Licht aus Ganz schön Guck mal der pinkelt Guck mal Wer pinkelt Der Aber du siehst das nicht Kuckuck 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 Nimm ihn anders Ich verprügel den grad Ich verprügel den grad Wie Ich lieg hier Komm mach schon Komm schon Oh du bist auch gleich tot Ja ich sehs Erstmal heilen Ja Stop Muss mich heilen Oh Oh Smoker Ja und die Weg ist er Ich glaub wir müssen hier raus ne Ich weiß nicht wo wir lang müssen Keine Ahnung Ja wir müssen da raus Ja dann müssen wir frontal durchgehen Hier durch Ja ich sag ja wir müssen da raus Ja ich stell doch nicht an ist nur der smoker Wir haben ein bisschen zu viel geraubt Ja aber du musst es genauso wie mit dem Kilo drum Mal wieder ne pump gun Sind ich mit meine andere Hab ich ne pump gun Warte soo Nicht mal so vorrennen Jaa erst soll ich nicht vorrennen Dann rennst du wieder vor Ich bin ja auch nicht am megan Guten Tag Cool Ja bin ich froh dass die Waffe grad gewechselt hab Ja Erstmal Tür zu machen So Guckt ob keiner guckt Meine Nöp Also Hoch Juppa Haben wir mal wieder drauf geschossen Welches Loch rein Noch nicht runter Ach da Ich hab grad erstmal angefackelt Jetzt kannst du runter gehen Ich geh da nicht runter Geh runter gehst du nicht freiwillig Jetzt geh ich Wow Ja und ich krieg den genau Hier Nimmt das erstmal ne Runde Das nix Okay Wir müssen da lang Ja ja ich hab jetzt mal grad hingeworfen erstmal nachladen Ja Ja Das sind nicht rennt da wieder rein Rochelle bestimmt auch noch Ja 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 Warte mal jetzt mal hier was Sondern Nöp 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 Ja Na der war bestimmt auch schon angeditscht Das war bestimmt den Den bei mir drauf hatte Glaube ich nicht Den kann man nicht von hinten nehmen Ist klar, wie kann die aus der ganzen Masse den smoke rauskriegen Nein hinter uns also okay kann von den muss nach land sowas hinter nur zombies okay so ich kann man jetzt nirgendwo noch ein bisschen weiter ich sehe nichts ist klar warum der jockey auf mich warum und offen ist mittel im ausrad da kann sie zielen nicht mehr lange bestimmt wo ist der hafta oder der macht habe ich auch gerade gedacht dass er in der luft fliegt hier ja mir die pack meins meine pilfer du hast es noch welche muss ja eine pistole nachladen sowie die hinten lang also da ja ich habe kann dass man den einen raum reingeguckt noch das ist für geräusch der clown ach so ich habe ihm eine andere waffe genommen damit kann es eigentlich ganz gut spielen haben wir hier nur die waffe die wieder irgendwas zu bedeuten dann schon wieder ja ich habe da war gerade ein zombie zum abschießen warum ich war das und ich weiß auch auf mich so ich habe den kopf geschossen da hinten kommt ein hunter noch gleich müssen wir aufpassen wo ist der kotze warum schießt du mich mal an hast du dir halt echt müssen wir an machen wir kommen bereit ja mach was denn jetzt müssen wir hin also müssen wir können durch wir können durch ja lauf einfach nur auf lauf 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 ich glaube einfach nur noch wo stellen die schneichen sowieso sind das hinter dir ja genau warum der charge warum heute wieder mit mir ab ja wo kommt ihr denn alle hier müsste ich ja wieder so wie kommen wir jetzt hier weg also nicht egal ob es auch mit uns unten ja ich weiß muss mich heilen 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 genau schubs erst mal weg nur noch ein leben kommen wir jetzt hier weg ich glaube einfach mal hier oben ist eine treppe hier ist eine treppe ist eine treppe wo bist du wo bist du wo bist du da wo die ganzen zombies sind auch man kommen schon handhaben gehen wir auf den sack wir müssen jetzt schnell aus das kommen wir gar nicht mehr hoch ja ich weiß ja gehst hoch smoker tschüss meine güte was machen die denn da unten achten wir nicht weg sind das bleibt mal hier wir müssen ja nein kommen wir hier ja rochelle ja ach so wer sagt doch dass du ein smoker problem hast jetzt liege ich nämlich ja jetzt bin ich auf dem ruft wie mich lass mich in Ruhe du Misfit na wenn nicht drauf geht sind wir alle tot ja wir sind alle tot ja 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 ja